Seit Anfang des Jahres ist das Navigationsgerät Falk Panthera XC im Handel. Es richtet sich an Mountainbiker und ist mit entsprechenden Karten bestückt. Die Premium Outdoor-Karte Deutschland umfasst ein Wegenetz von mehr als 2 Millionen Kilometern. Sie führt auch schmale Wanderwege auf. Außerdem sind zahlreiche Sonderziele wie Berghütten oder Fahrradhändler gelistet. Dazu kommt eine Basiskarte Plus für 25 Länder Europas. Sie ist wie die Premium-Karte routingfähig. Das Gerät zeichnet Routen auf, kann aufgezeichneten Routen folgen und schlägt verschiedene Strecken zu einem ausgewählten Ziel zur Auswahl vor. Über die Funktion Route sie ziehen, kann man Strecken nach eigenen Vorstellungen verändern. Außerdem lässt sich das Falk Panthera XC als Trainingscomputer nutzen. Via ANT Plus kann sich das Gerät mit entsprechenden Sensoren verbinden. Trittfrequenz, Leistungsmessung, Geschwindigkeit oder Herzfrequenz zum Beispiel. Wir haben im Testzeitraum einen Pulsgurt genutzt. Der Nutzer kann individuelle Trainingszonen festlegen, das Gerät warnt bei Über- oder Unterschreiten. Das kann sich an der Herz- oder Trittfrequenz, an der Geschwindigkeit der Strecke oder der Trainingsdauer orientieren. Außerdem ist es möglich, ein virtuelles Rennen gegen sich selbst oder andere zu fahren, die ihre Strecken und Seiten online gestellt haben. Die Bedienung erfolgt über den Touchscreen, durch Tippen oder Wischen, das funktioniert auch mit Handschuhen. Außerdem gibt es eine Start-Stop-Taste. Dank Bewegungssensor erkennt das Gerät, sobald man eine Fahrt beginnt und zeichnet automatisch auf. In der Anzeige kann man zwischen verschiedenen Modi wählen, so dass man wahlweise die Karte, Datenfelder oder das Höhenprofil sieht. Im Falk Trainingsmanager lassen sich alle Daten verwalten und über soziale Medien teilen. Wir konnten ihn leider nicht ausprobieren, da er unter Mac OS X nicht läuft. Die Verbindung von Rechner und Falk erfolgt über ein USB-Kabel, mit dem das Gerät auch geladen wird. Zum Lieferumfang gehört ein Fahrradhalter mit zwei verschiedenen Passstücken aus Gummi. Mit zwei Kabelbindern wird der Halter am Lenker befestigt. Das hält bei ordentlicher Montage gut. Nur bei einem glatten Karbonlenker, der sich stark verjüngt, wanderten Halter und Pantera XC im Wurzeltrail einmal nach unten. Wegen der vorgegebenen Montageöffnungen für die Kabelbinder kann der Halter nicht am Vorbau montiert werden. Hier wären zusätzliche Öffnungen gut. Das Gerät selbst wird mit einer Drehbewegung am Halter befestigt. Eine bombenfeste Verbindung. 249,95 Euro kostet das Falk Pantera XC. 135 Gramm wiegt es. Ein simpel zu bedienendes Gerät mit vielen praktischen Funktionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017